Ja Freunde, wir sind wieder zurück auf dem Stylers Uncut Channel. Heute mal wieder mit einer Reaction, das gab's jetzt schon länger nicht mehr und an der Stelle auch ganz, ganz wichtig für euch, das erste, was ihr hier jetzt an der Stelle machen könnt, ist, lasst ein Like da, wenn ihr wieder öfter Bock auf Reactions habt und lasst aber sehr, sehr gerne auch, wenn ihr auch das Video mögt, ist egal, Dislike da, wenn es okay ist, dass aktuell nur so 1, 2 Reactions pro Monat kommen. Eigentlich habe ich Bock, das öfter zu machen, aber ich komme manchmal gar nicht dazu oder da gibt es den Content nicht dazu. Wenn ihr aber Bock drauf habt auf mehr Reactions, dann lasst mich das gerne mal wissen, weil es ist immer ein bisschen schwierig so mit Umfragen, deshalb Like, Dislike kann man da gerne verwenden. Vor allem sieht man ja eh die Dislikes, ich meine nur noch ich als Creator sehe, die gerne auch ein Dislike da lassen. Und noch eine kleine Information, bei meinem Partner Level Up gibt es ab Montag eine neue Edition und zwar die Star Edition, aber nicht nur das passiert, die hat nämlich Geburtstag, 4-Jähriges und dafür gibt es wieder die 2-für-1-Aktion. Das heißt, jede zweite Dose ist kostenlos, wenn ihr den Rabattcode Starless 2 am Ende der Bestellung nutzt, also keine Ahnung, macht euch 2, 3, 4, 5, 6 Dosen in euren Warenkorb und am Ende der Bestellung, nachdem ihr den Rabattcode Starless 2 benutzt habt, werden euch die Hälfte der Dosen abgezogen, die sind dann kostenlos. Das ist tatsächlich die geilste Aktion, die es bei Level Up gibt, deshalb da gerne zuschlagen, die Aktionen kommen meistens nur so 2x, maximal 3x im Jahr, deshalb das geht eine Woche ab Montag, 18 Uhr, gerne da dann zuschlagen, wenn ihr Bock drauf habt. Und jetzt gucken wir uns das neue Warzone.de Video an, Stylers wird von Zuschauern geklettert, geklettert, ja, geklettert, keine Ahnung, ob ich es eigentlich sehen will, wir lassen ein Like da, 711 Likes, ein Dislike, wichtig und richtig. Lasst bei Warzone.de unbedingt ein Like, ein Abo da, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ganz, ganz wichtig, je besser die Videos auf dem Kanal ankommen, je mehr Leute das sehen, je mehr Abonnenten wir da haben, desto coolere Projekte können wir auch quasi in Zukunft mit euch gestalten und wir haben da auf jeden Fall einiges vor. Wird sehr, sehr geil, wir gehen rein ins Video. Vincent! Warte mal, nochmal von vorne. Nein! Ja, wildes Laufmesser da. Ja, Vincent entschiedet aber halt auch, ne, er wusste, dass er da ist, das ist eigentlich nicht so besonders. ... hier auf Warzone.de, dieses Mal ohne mein nerviges Gesicht und ohne mein nerviges Gelaber zu den Clips. Schreibt uns an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, was ihr cooler findet, mit Reaction oder ohne Reaction. Wir versuchen da aktuell einfach so ein bisschen auch für Abwechslung zu sorgen, deshalb... Ich find's am besten so, auf dem Warzone.de Kanal kommen die, ja, Videos ohne meine direkte Reactions auf die Clips und dann kann ich ja immer noch hier beispielsweise auf dem Salas Uncut Channel auf die Videos reagieren. Und wenn sich ein Streamer das im Stream beispielsweise anschauen will, so eine Warzone.de Episode, ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich darauf schon reagiere. Dann reagiert jemand auf eine Reaction von mir und das find ich meistens blöd. Aber ja, schreibt's mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, eure Meinung zählt da auf jeden Fall. Beziehungsweise dort in die Kommentare. Feedback da hören, auch generell immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, ab in die Kommentare damit. Und jetzt viel Spaß mit der Episode, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet. Let's go! Hashtag dies, das! Mit dem S... Nee, nicht mit dem SUV. Aber mit einem sehr geilen Player auf jeden Fall. Was ist das mit dem Buggy? So, genau, ja. Allround-X mit der A-Max. Die ist ja komplett dead, die A-Max. Die braucht man gar nicht mehr spielen. Und der O-On als Secondary. Ich glaub, der Clip ist aber auch schon etwas älter. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Er hat das ja so insane gemacht. Der hat self... Zwei Bullets auf ihn. Oh mein Gott. Das ist immer noch unten in die Waschküche. Insane. Nice clip. Stark gespielt. Arni 92. Klassisches deutsches Hot Mike, lieben wir. Nice. So ähnlich habe ich tatsächlich auch schon einen Wurfmuss agittet. Beton-Hasan. Beton-Hasan ist ein guter... Guter Game Attack. Oh, wichtig da noch auf den Kopf zu zielen. Wichtig, wichtig. Und noch eine Hellmumme? Kommt noch eine Hellmumme. Kommt noch eine Hellmumme. Man merkt... Er spürt den Clip. Man merkt es. Ja, sehr schön. Sehr schön, Beton-Hasan. Oh, Filex mit einer ganz komischen Video-Quali. Äh, Audio-Quali. Oh, das ist, glaub ich, als das Griffband da so verwackt war, oder? Oh, mein Gott, wurde der gekracht. Wahrscheinlich haus, aber da ist kein... Nein! Oh, ich hab grad drei, nee, oder? Was ist das für eine Reaction? Ich hab drei genockt. Hä? Was ist das für eine Reaction? Äh, Reaction? Reaction auf so einen insane Clip. Wahrscheinlich haus, aber da ist... Eins, zwei, drei. Wahrscheinlich haus, aber da ist... Digga, das ist insane. Boah, ich hab grad drei, nee, oder? Was? Ich hab drei genockt. Lol. Ich hab, ich hab mit einem Schuss, mit einem Schuss hab ich drei gekillt. Triple Colette einfach in Warzone ist so unfassbar selten. Ich war weit entfernt davon, jemals sowas zu hütten. Krank. Krank, krank, krank. Wirklich geiler Clip. Geiler, geiler, geiler Clip. Die Burst, äh, Flix. Der war sauer. Deutsche Hotmikes, wirklich das Beste. Gute Reaction da. Was hat der Heli gemacht? Junge, was ist mit ihm los gewesen? Seh zu und lerne. Ist der Gneut? Seh zu und lerne. Das kann nur, das kann nur failen jetzt. Wow. Das, aber es funktioniert. Nee, es funktioniert nicht. Sieh zu und lerne. Wir haben noch, wir haben noch, du da. Alles entspannt. Kabu 61. Name kenn ich auch. Mit der Blixen. Und ein paar Scheppers hier. Weiß. Weiß Killster. Die Blixen mit Burst muss ich, glaube ich, echt mal probieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so kacke. Natürlich nicht so einfach zu spielen wie Full Auto. Aber ich glaube, wenn du Headshots mit der trifft, dann hat sie extrem viel Damage. Ah? Weiß Playstar mit Bodenloot. Schmeckt. Auch wenn die Facecam wieder genau auf meiner ist. Bitte jemand klippen. Oh mein Gott. Wilde Reaktion. Kings kennen wir auch. Das geht. Oh, mit dem geilen Camo Glitch. Ah ne, nevermind. Kein Camo Glitch. OTS. Ist eine Cold War Waffe. Cold War, Dark Matter, Zombie Gedöns. Ja, ja. Ist okay. Muss kein Glitz sein. Sieht ja insane damit aus. Hä? Oh mein Gott. So gekracht. Oh mein Gott. Hilfe. Ich habe ein Flach gebahren. Nie im Leben, Wolf. Nie im Leben. Was habe ich mit denen gemacht, Digga? Bodenlos. Bodenlos. Madkip. Madkip. Schneidet seine eigenen Clips rein. Und hat Feini im Clan-Tag. Madkip ist der Cutter mittlerweile von Warzone.de. Schneidet seine eigenen Clips da rein. Was muss ich da sehen? Was muss ich hier sehen? Boah, aber schön da ausgetanzt. Schön ausgetanzt. Nein. Boah, ganz eklisch ein Videofilter. Oh, aber schöner Hitter. Noch einer? Komm, jetzt Stückshot. Oh, okay. Nice shots. Noch einer? Jetzt Stückshot aber. Boah, der Videofilter ist aber echt eklisch, ne? Das heißt, der Glitzsteiner. Aber schön, wie konfident ihr hier durch die Gegend bleibt einfach. Aber auch schön, wie sich da keine umgedreht. Liegen wir. Oh, schmeckt. Schmeckt sehr gut sogar. TD-1. Auf Konsole, oder? Ja. Wo ist das? Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ah, da. Okay. Bei Capital, ne? Ah, ja, okay. So ein Dämon, Digga. Das Kopfgeld ist aus. Ich reiche. Wundervoll. Das ist keine Rektion. No. Das ist quasi. YAY. Gläu? So ist er weggeblühen, geschränkt. Das ist ganz schlimm. Warte mal was. Exel. Exel. Ich kenne den Clip von mir. Bin ich dumm? Nein. Nein, 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 nein. Das war Exel Gaming, den kenne ich aus meinem Chat. Hä? Nein. Nein. Brauche ich nicht. Kann nicht wahr sein, wirklich. Kann nicht sein, dass es ein Zuschauer von mir ist. Den ich da... Das ist übrigens die erste Runde nach New York gewesen. Die erste Runde, nachdem ich neun Tage Ken Warzone gespielt habe. Ich klette jemanden, freue mich schon so. Haha, ich klette. Er rennt in mich rein. Ich sterbe. Es ist ein Zuschauer. Und der sendet den Clip bei Warzone.de ein. Hasse alles. Hasse wirklich alles. Oh mein Gott. Was soll die ich heißen? Oh mein Gott. Nice Shots da. Alter, hab ich die weggemacht. Oh mein Gott. Jetzt goe wieder. Digga, ihr mit eurem Camps. Oh ja, ich hab meine Cam da auch. Also von daher. Oh, oi, oi. Der ist schon tot, ne? Dragon Knight wieder. Sehr viele Küsse von ihm. Bro, ich muss jede Sekunde meine Cam in. Kingsmister TikToker Nummer 1 einfach. Hä? Ah, Cheater. Cheater. Bro, aber wie ernst der auch macht, der Cheater, ne? Er checkt's wirklich gar nicht. Er macht's so. Er wurde gebannt. Wurde er gebannt? Er wurde sogar gebannt. Oha, das hab ich noch nie gesehen. Nein, Simon. Nein, Simon. Äh, was? 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 Bro, hier lern ich ja heute noch was. Hä? Das ist ja insane. Geht das immer noch? Das ist ja eine richtig geile Episode. Übel die niceen Clips. Oh, okay. Wusste nicht. AX-50 studiert da. Pommespanzer 96. Einfach Tine mein Mod. Das Gas nähert sich dir. Es kommt. Ab ihm die Sicherheit. Steh unter Schwer, Sanit. Ah? Oh, oh, oh. Digga. Mit fünf Kills. Fünf Kills in total. Und alle einfach im Endgame da gemacht, gefühlt. Wild. Wild, wild, wild. Sehr nice. So viel. Oh mein Gott, das ist kein Schuss, ne? Ich kann nicht mehr. Ich muss da jetzt rein. Wir müssen eh irgendwo hin. Komm mit. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. So viel an der Stelle. Nicht gut, dass du so da sitzt und deinen Kopf drehst zum Spielen. Immer gerade sitzen und gerade auf dem Bildschirm gucken, ne? Das sollte man bei seinem Setup unbedingt beachten. Ich felsen wegen der Klasse. Weil es ist nicht gesund, wenn du stundenlang zockst und die ganze Zeit so zur Seite guckst. Das ist nicht gut. Oh, nö. Nicht gut. Ich muss auch aus dem Dach, Digga. Ich muss das zockt, die nicht gelten. Eigentlich habe ich das niemand gesehen, gerade was hier passiert ist. Ich habe euch gar nicht gecheckt, was da passiert ist. Oh, nö. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Ich kann euch felsen wegen der Klasse. Oh, nö. Oh, Gott. Sophie being Sophie, wirklich. Eigentlich habe ich das niemand gesehen. Sophie being Sophie, doing Sophie things. Steve Kodroki? Hä? Wie hat er den? Hä? Wo? Ja, ja, ich weiß auch nicht wo. So unfair, oh mein Gott. So unfair. Aber nice, nimmt man mit. Komm, wir guten. Nimmt man mit. Tripod? Hä? Der richtig vieles streamt noch. Nein! Und er war der letzte Überlebende. Schade. Kinder wie mit 710. Oh, nice, Herr Trenner. Gibst du genau dann. Mann, mach je eben Clip, muss ich das hier switchen. Oh! Oh! So, den TTV weggemacht. Weck die Sau, Melvin. Weck die Sau, Melvin. Richtig so. Diese scheiß Schnappschusskanade, ne? Oh, nice Brader. Zwar Brandmonie, aber die ist nicht mehr so stark. Alles gut. Oh mein Gott. Und weg auch die Sau. Vincent wieder. Nein. Ich verliere es wegen Zone. 1 gegen 1. Ich verliere es einfach wegen Zone. 27 Kills. Safe Revive. Verliere es das nicht, Vincent. Du verliere es. So reingecheatet. So reingecheatet. So reingecheatet. Der konnte es ja jetzt nicht glauben. Shisha Kalle. Kennen wir auch schon. Auch schon öfter mit dabei gewesen, glaube ich, oder? 2 gegen 2. Nummer 1. Nice. Nein. 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 Shisha Kalle. Bester Mann. Nein. Wieder mal ein geiles Video von warzone.de. Unter anderem ein Kanal, der ja auch mit mir gehört. Geil. Einfach nice. Einfach nice. Super nimble. ... ... ... ...